herzlich willkommen zurück zu let's play minecraft wir sind dabei dabei das lagerungssystem hier aufzubauen wir haben schon oder beziehungsweise wir sind schon sehr sehr weit vorangekommen wenn man hier mal so alles mal nachschaut das sieht ja hier schon richtig super aus so von außen ring zeigt mal wird ja eigentlich schon mit fast der hälfte durch bis dort hinten geht es erst mal und ja da wollen wir halt in diesem part gleich mal weitermachen ich muss mal kurz schauen habe ich genügend material also genügend rohre sieht dann noch aus gut jemanden rohre bräuchte ich eventuell noch mal ein paar da komme ich jetzt eher weniger aus also muss ich hier noch was abbauen es ist ja hier alles noch offen und so das wird ja wieder alles zugemacht eines tages erst muss ich zur werkbank zurück und ja dann mal los 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 hier sind die maschinen die wir hier eingebaut haben von hier werden die items raus sortiert in die anderen drohnen hinein und da ist die werkbank wir bauen hier noch mal ja ich würde gerne noch mal ins deck erst mal haben das so und so haben wir noch mal ins deck jemand eine rohre transport rohre durften denke ich mal auch nicht mehr so lange reichen das heißt ich werde noch mal meinen rucksack nehmen und noch mal hier ein stack davon wenigstens machen so und wo ist das glas da ist das glas gut dann kommt das dahin das kommt dahin das kommt dahin jetzt sind wir wieder vorbereitet und dann können wir jetzt weiter bauen es ist draußen gar nacht aber das interessiert uns ja eher weniger aber ja hier im hellen sind wir kommen ja auch keine monster rein so stimmt wir sind hier stehen hier müssen wir jetzt so ein bisschen unterirdisch bauen und zwar hier drunter so ein bisschen und dass wir hier rauskommen dann mein mal vollen ist so so und so und dann werde ich mich mal als huhn verwandeln weil das coole am huhn ist hier sind nur ein block groß was sieht jetzt so ein bisschen doof aus aber es ist ja nicht so schlimm wir können wir hier jetzt lang laufen und dann werde ich jetzt mal weil noch ein paar goldner hier dran machen und dann noch mal ein paar quarts dinge hier kurz 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 wenig wenig also hier vorne ok und dann hier mal hoch und wieder verwandeln so einfach ging das dann kann man hier schon gleich weitermachen es muss ja die ganze reihe an holz und dann erde hier weg mit welcher überhaupt was machen können meine axt die hält jetzt auch nicht mehr ganz so lange wir haben aber noch in der schmiede nach achs aber möchte dann mal holen gehen sobald ich die brauche im moment ist kein bedarf moment zumindest so dann geht es bis hier und hier ist ja wieder der verteiler dran ich jetzt alles mal hier hinsetzen so so bis hierhin und dasselbe hier auch noch mal ein nein so ja es wird auch nicht mehr lange dauern bis wir den plan machen aber zuerst möchte ich so die leitung erst mal fertig haben bis ich den plan wirklich machen werde den plan wo was reinkommt und so genau so gut 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 dann hier alles hoch da sind tun alle 10 ah das war jetzt falsch weil ich untergefallen bin wir werden dann ein glück auch nix hier in game mode machen wie ich anfangs gedacht habe wir haben ja schon herausgefunden dass keine items vom inventar weggenommen werden was natürlich sehr so super ist da brauchen wir einfach nix im game mode machen das war's mit diesem angefangenen stack dann machen wir mal hier weiter so und so dann sind wir hier jetzt auch durch dann geht es jetzt zu dieser reihe weiter das ist die letzte band die noch nicht angefangen wurde weil die hintere band die wolle ja schon angefangen und ja wenn wir an die runde rum sind dann geht es zu den truhen in der mitte da wird auch einiges erstmal untheorlich gemacht bis hierhin erstmal und hier kommt erstmal die erde raus was auch ein bisschen sand interessant kann sein dass da mal ein see oder so war oder einfach nur mal so sand kann natürlich auch sein um die ecke und da sind wir dann muss ich mich hier auch mal wieder hoch bauen dass ich hier auch mal wieder hoch komme damit und bis hierhin kommen hier die teiler wieder hin naja transport ich nenne die halt verteiler weil die tun nichts anderes als verteilen und warum soll ich die dann anders nennen so dann hier wieder so eine beschleunigung schleuner schleuniger so rum normale hier wieder da ich halt auch so viele beschleunigungsrohre hier drin habe werden die items auch richtig schön schnell zu sortiert was natürlich auch sehr sehr gut ist ja dann halt auf dieser ebene noch jeweils verteiler hin die spinne da im hintergrund die nervt schon so ein bisschen mit denen die gitter krabbelt sind wir durch jetzt hat sie aufgehört nicht ganz aber so ein bisschen verfolgt die mich immer was natürlich sein naja soll sie ruhig mal machen ich habe nichts dagegen hier rein da rein und dann mal genau dasselbe hier auch und dann ist die nächste wand fertig hier kurz transport hoch haben ja noch zwei stecks also das ist ja super so habe ich da wirklich alles sieht danach aus wunderbar dann geht es hier um die ecke aber vorher wäre ich mir eine neue achse und so lange es draußen tag ist und nämlich sein dass es bald wieder nacht wird ich weiß es nicht hier sieht man jetzt auch beim eingang ist hier gerade wenn die türen dann hier so zu sind ist hier nichts aufgerissen oder so man sieht hier nichts und trotzdem gehen dann die rohre lang so war es das die ganze zeit okay moment schatten back und besser ja schatten lief eben mit vom schilder ja der letzte tag wunderbar tag das gefällt mir und dann mal hier rein so schaufel brauche ich ja noch keine neuer aber wenigstens nach hier haltbarkeit 2 band 2 na gut wann brauche ich ja nicht aber haltbarkeit ist schon nicht schlecht so hätte auch überlegt dabei in truen bei der rettsentscheidung die ich da ihm macht er hat zum entscheidung ist das ja eher weniger aber bei dem hebel der da angebracht wohl bei den motoren dass ich auch eine rettsentscheidung so silversort interessant dass ich da auch eine richtige rettsentscheidung hinmache und dass ich da so art scheiter hier vorne hin mache dass ich beispielsweise hier und die vorne und hebe habe dass ich den aktivieren kann und das dann die motoren aktiviert werden aber ich habe mich jetzt doch dagegen entschieden aus dem vollen grund weil ja die motoren werden immer laufen und da macht keinen sinn dass da irgendwie ein hebel hin mache und wenn die motoren mal aus sein sollen dann möchte ich halt hier hinter und mal die dann aus auch kein problem so jetzt hier müssen wir jetzt so gut aufpassen bis wie weit wir das machen ja so unendlich weit geht es ja nicht bis hierhin oder noch weiter die werkbank muss hier auf jeden fall weg und ist hier die erde muss bis hier hin dann sind wir eine runde rum und da zahlt sich das aus dass wir dann in der in der einfolge noch mal das hier weiter nach links verschoben haben weil würden wir jetzt hier hoch machen mit den ohren dann würde sich das hier connecten und das wollen wir ja nicht motoren funktionieren noch ja die funktionieren noch wunderbar würde ich ja jetzt nur mal ausprobieren genau so was das eine fackel hier ist ein unterirdischer see das ist ja richtig super richtig richtig schön hier muss ich mal gleich so ein bisschen dicht machen erde 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 da haben wir ja die fackel die da ist die kann mal ein zweiter mit wenig sind da drunter da unten nur ausgeleuchtet ist eigentlich kann ja hier nichts bohnen aber trotzdem meine fackel sicherheitshalber so und wo sind wir da sind wir die fackel da kommt auch noch mal weg ich will halt hier nicht im wasser bahn so und so das ganze dann können wir mal hier weitermachen ich brauche einen aufstieg und die achse ist jetzt hinüber auch zunächst nackt weil nur rohr immer wieder ja da haben wir gold verwendet genau also kommt ihren kratzen hier in der verteiler zweimal gold teiler zweimal kurz verteiler zweimal kurz verteiler zweimal gold verteiler noch mal zweimal kurz und hier noch mal der verteiler und dann ab hier wird es dann so sein eins geht dann ganz normal zu den tronien eins geht dann da lang so zumindest der plan so aber erst mal müssen hier oben auch noch mal die verteilen und theoretisch könnten wir jetzt so schon könnten wir theoretisch schon all die truen dann betanken die außen sind wenn wir jetzt hier soweit fertig sind mit schwarz rohre setzen hier noch könnten wir theoretisch wenn wir jetzt mal alle items so einsortieren oder hier zwischen den verteilern hier einsortieren das meine ich damit aber ich werde erst damit anfangen wenn wirklich alles verbunden ist so werden auch gleich wahrscheinlich wieder mit dem huhn arbeiten so dass ich hier auch wieder hochkommen hier können wir ja auch durchgehen und ja was jetzt wenn ich hier eine erde jetzt hier rein mache wird die so lange weitergeleitet die könnte eventuell zwischendurch auch mal hochgehen also das wird ein problem bei leeren drohen ich denke mal leere drohen werde ich erstmal hier denn das quadro ab machen also hier so beispiel so dass ich das dann so mal wenn hier beispielsweise oben mal zwei leere drohen sind genau dann mal hier wieder raus und dann werden wir mal weiter schauen mit der karte können wir eher weniger arbeiten weil ich da nur das dach sehe das ist natürlich ein bisschen doof aber nicht so schlimm ich möchte nämlich doch hier so ungefähr anfangen da bei dieser insel nenne ich das mal weiß nicht wie ich das sonst nennen kann auf welchen auf welcher koordinate ist denn das also die x-achse ändert sich gut dann hier das ist koordinate 1089 gebe ich mal 1089 damit ich das so ungefähr weiß wo ich dann rauskommen muss genau mal was essen und dann auf geht's zum huhn aber ich hätte da jetzt auch mal ausmachen ist also sieht es einfach nur doof aus dann hier jetzt hier unten ist ja auch interessant das ist ja interessant hier lang gehen kann ich hab's mal hier ausgeleuchtet damit ich hier auch was sehe ich lasse das ruhig jetzt hier so gut dann müssen wir mal kurz schauen hier ist dann der weg und hier wäre dann die erste truhe damit will möchte da jetzt nicht irgendwie durcheinander kommen darum gehen wir mal hier so lang ach stimmt ich erinnere mich als wo das hier so alles frei war 1989 sagte ich genau wo ich mir alles ausleuchten 1989 dann noch eins und hier jetzt so ihr soweit richtig aber ich komme mal ja noch mal so vielleicht hier was sehen können